Na gut, wir machen was entspanntes. Jetzt gehts los, jetzt gehts los. Jetzt gehts los. Kim spielt Final Fantasy 14, André. Ja, die lädt uns ja nicht ein mitzuspielen. Warum nicht? Was ist da los? Wenn wir uns ein mitzuspielen, spielen wir auch nochmal Final Fantasy 14. Final Fantasy 15. Apropos, Sonntag kommt das Ende. Oh. Oh mein Gott, Spoiler, das kommt das Ende. Ich brauche mehr Zeit, ein würdiges Opfer. Oh ja, auf den Japan-Server auch noch, André. Das ist doch in dem Spiel, das ist sowieso egal. Sowieso mit jedem zusammen. Nee, nicht wirklich. Die europäische, japanische und US-Server sind noch getrennt. Also, du kannst doch nur mit Japanern zusammen spielen, wenn du willst. Ja, wenn du willst, ja. Das geht noch nicht. Und nur mit denen die unter dem Server sind. Nicht? Ja? Nein? Ach, ist mir auch egal. Die ist ja egal. Ja. Ja, solange man die nicht auch spielt, ist das in Ordnung. Ja, genau. Da haben wir die Mitration gespielt. Das stimmt. Oder offen. Die gibt's nicht. Das ist... Aber glaub, die gab's mal. Die gab's ja noch früher. Nee, als es noch Russland gab. Da gab's doch die UDSSR. Da konnte man keinen Counter-Smack spielen, weil da nur Cheetah drin waren. Wow. Chris ist schon wieder im Strahlstil. Er wird zurückgeportet worden. Ja, sicher. Jaaaa. Ich nehm die Pizza aus der Hand, dann wird er nicht rumgeportet. Das ist dort. Es nimmt sich Pizza aus der Hand. Er nimmt die Pizza nicht aus der Hand in den Mund. Gern die === Psss! Hoaa! Nehmst du gerne Pizza in den Mund? Ja. Naja, dann mehr zu schwule Pizza. Ja, Dienstle medios in den Mund. Oh, oh, oh. Ich esse doch gar... Oh maiuster... Das ist Chris. Der lügt dich an, wo du dabei bist und neben ihm stehst und guckst. Was? Ich könnte die Kamera drauf halten, ich esse nicht. Der wartet doch nur darauf, dass er allein noch die Tüte voll mit Pizzabrotten manchen kann. Oh ja, jetzt hätte ich gern eins. So mit Kräutermutter, so richtig dick. Oh ja, da hätte ich jetzt auch geflogen. Alter, wir haben ja noch eine lange Nacht vor uns. Du bist auch nicht bereit. Boah. Die Pizza leer ist, das da war. Nee, das ist ja Paragon 1000. Im Paragon Level 1000, vorher machen wir keinen Feierabend. Weißt Bescheid, ne, Dragas? Dragas ist ja dann der Erste, der Feierabend hat. Also bis morgens 4 WB spielen, halt. Wat? Ja, wir beobachten dich. Stalker, wow. Kriss hat beobachtet dich. Kriss hat weiß, was jeder Mensch tut. Ich wollte grad sagen, Kriss hat weiß, was die alle tun. Das ist das Schlimme daran. Ja, der mich auch nächstes angeschrieben wurde. Ja, muss ich nicht. Das ist Kriss hat, das ist Kriss hat. War komisch, Kriss hat, schreib mich nie an. Du bist schon auf genug hin, Mann. Ich muss dich da auf genug hin. Allein schon. Und ich fühl mich jetzt wieder diskriminiert. Ich fühl mich jetzt wieder diskriminiert. Ey, das ist tief im Inneren, mag er dich. Was hatte ich denn da vor, gerade dazu begegnet, nicht diskriminiert gefühlt zu werden? Weiß ich nicht. Da war ich bei ihm. Wir brauchen ja Zeit. Was? Was? Da dachte ich, der Arme ist noch gut, das kann ja nicht so schön werden. Jungs, wir machen immer Feitschen. Zurück in die Halle. Wir machen sowieso immer was falsch. Mit wem bin ich denn hier? Was ist das? Alter, mach mal Schaden hier. Ich mach doch gar nichts. Ja genau, du machst ja gar nichts. Ich hau dich zu. Vorne aus und großkotzig. Ja, jetzt mach ich hier auch alles platz und zu. Ich mach Schaden und so. Seht ihr? Ja, ich hab mich gar nicht noch anstellt. Ich hab mich angeschickt, dass ich meine Schadenswerte erhöht habe. Ja, aber aufweil fände ich hier immer wieder Bock. Dann spiele ich bald wieder Star Wars. Ganz alleine. Star Wars? Star Wars Online. Ihhh, muss er bei mir sein, der Portalrechter? Klar, der ist sport immer da, wo der größte Mist ist. Rap? Mann, Mann, Mann. Wow. Grüner Kopfschutz. Nein, Agent David bekommen. Ich hab auch nur zwei. Und drei. Und drei Set-Teile. Ja, ich glaub ich hab auch die Taktik raus. Ich mach jetzt einfach weniger. Ich muss zurückkehren. Ich muss zurückkehren. Einfach weniger machen. Ja. Ja. Ja, das hab ich auch immer schon in dem Video weh, immer die Vermutung. Wenn man sich einfach nur sterben lässt und zuschaut, kriegst du mehr. Ja. Ja. Das ist toll. David. Nein, hallo. Willst du mich verarschen, oder was? Ich kenn keinen Highlight, der so oft schirrt. Ich kenn keinen, der so viel Lootglück kriegt und in der ersten Woche, obwohl es nicht mal T-Teile gab, zwei AT-Bonus hat. Ja, Krizat. 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 Früher, yo, nee, 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 nee. Es ist früher, als er weißer war. Boah, als er schwarz und weiß war. Na, ich hab ne Waffe, die, ne, ich hab Rinder Barricken, daqui. weh, 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 weh. können noch mal rinder level machen ob findet ihr eigentlich nix nach so flecht ring vorhin ja vorher nicht hatte jetzt auch schon zwei jetzt ist vorbei vorhin war früher mann 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 noch mal ein cool level machen ach bescheid wenn ihr fähig sein geht nicht aber wir müssen erst in die eine andere welt starten ja okay verbündeter hat uns verlassen ok moment dann können wir gleich die gelegenheit nutzen wahl 13 über den sterben einfach sterben sterben ich habe nur zwölf gemacht kann ich rein und direkt ein schreien der stärken weil wir haben tragen ein sein ja er hat sich gerade ein brötchen gemacht ich mir gerade was zu trinken hallo bestimmt die wohnung von drager ist ja so groß der muss erst mit der pferde durch die halbe wohnung er hat ihre plüte weil ich in kürzeln worüber im hier los storent ja sagen wir zu viele blitze ich wurde getroffen eine blitze viele Blitze ach oh oder was ist denn das für eine kuh Das ist die Kuhkönigin Das ist die Kuhkönigin Die Sukkobus sind schwer verletzt Oh Leute Ich bin tot, da komm ich nie ran an die Kuh Dann weg, 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 weg Ich geh, ich geh weg, ich geh, ich geh Ich geh Die Kuh ist auf Existy Ich weiß, wie du willst Ich sie auch Die Kuh verfolgt uns Ich komm nicht weg, ich komm nicht weg Oh Gott Da war nur auf 12 Da ist ein unterschiedliche Tag und Nacht Das schon mal gelesen Gelesen? Gelesen? Ich hab doch beim Telefon Münster angerufen Aber die sagen, ich bin ein hoffnungsloser Fall Das ist doch nicht genug Wir wundern, dass ich überhaupt Die Tasten dafür gefunden hab, der anzurufen Oh, Alter Was ist denn hier los? Ich geh, ich geh Gott, ich teils nicht Ja, ach nee Ich muss gleich rappen Rappen? Rappen? Rappen ist für Deppen Da muss ich zum Glück nicht mehr rappen Rappen Oh Milch Was nützliches wäre dazu Ich hab noch nichts nützliches Irgendwas willst du haben? Nein, hab ich nicht Sie ist da Geht's da auch Fick denn Hast du gut gemacht, Rage Hast du gut gemacht Stolz auf dich Bitt War viel mir schwer zu sagen, aber naja gut Wow Ehre dem, dem Ehre gebührt Und ihr gebührt ganz früh Danke, eure Majestät Bitte, bitte Du steigst auf von Hofner zum Kartoffelschäler Wow Zum Kartoffelschäler Wow Vielleicht in die Perücke Das geht noch nicht Atze Schröder Ja Alles Atze? David steigt ab Vom Hofner Zum Klorreiniger? Naja Ist noch zu hoch Ja Wow Ja Ja Jau eu eu Jau eu Jau eu Jau eu Jau eu Jau eu Jau eu Da kommen ja überall verderbten Sänger raus Deswegen legt dein Ding wieder ab Vörtel ist doch geil Ah ah forst, forst, forst Also angeblich überall Schnee-Chaos und wenn ihr aufs Fenster guckt, hatte ich Sonne. Angeblich hat es überall geschneit, aber bei uns gar nichts. Das hier hat einmal nachmittags kurz für so 5 Minuten gehabt. Es gab Schnee, aber danach war irgendwie so... Bei uns war Sonne und 10 Grad hab ich gefühlt. Genug Wohnt. Es war alles gut. Voll warm gewesen heute. Ja, gut kann auch sein, dass die Pizza ausgespricht. Ich mach so ein warmes, wohliges Gefühl in der Magen gegen. Ich brauch morgen kein Mittagessen, ich glaub Pizza gibt's morgen noch. Ah, ist die geilste Pizza. Ah, jetzt hab ich noch mehr Pizza. Kalte Pizza ist doch die geilste Pizza. Geht aber nur mit frischer Pizza, ne? Die selbst aufgebackene Pizza mit denen geht da nicht, die schmecken nicht mehr kalt. Sind voll ekelhaft. Wo ist das gute Adelan-Gefühl? Noch nicht bereit. Boah. Ne, dann soll erladen. Wenn er so... Wenn er so einen Schluck ist, ne... Auf ne... Auf ne... Dose... Ähm... Bier, wo ich will schon Zigaretten. Schkippeln! Das... Deswegen auf der Party trinkt man niemals morgens nach dem Aufstehen auf einer Dose, die man nicht kennt. Die aufniss. Die wieder. Das macht man nicht. Das hat doch fast jeder einmal gemacht. Ich brauche mehr Zeit. Man hat's kippen in dem Frotten in den Maul gehabt. Ja. Aber ich bin mir nicht sicher, ob da nur Kippen drin waren. Hahaha. Dieser Banane ist nicht mehr zu trauen. Hahaha. Aber wenn die Küche überall Obst rumliegt, kannst du nicht mehr vertrauen. Wieso ist in der Melonen ein Loch drin? Ja, pah. Das hat die Melone sich wahrscheinlich auch gedacht. Ich dachte, du trinkst es nicht. Hahaha. Ich muss... Ich muss... Von... Von... Ich wollte gerade zurückbohren und ein Stück Pizza in der Hand. Und jetzt kommt da so eine blöde Kuh um die Ecke. Ja, ich hab mich damit noch nicht bereit. Hat mir etwas gefunden? Ja. Ich bin wieder gesund. Ich hab mich weggeportet, wenn du da rum bist. Ja, ich komm hier nicht weg. Hahaha. Oh, nee. Äh. Ja, nee. Oh, nee. Äh. Ich muss zurückkehren. Naja, schneller, schneller. Ach, wie lange brauchst du denn? Ach, geht doch. Ach, das ist... Nein, den hätte es nicht getestet. Ich hab... Ich hab... Ich hab schon durchgeguckt, was ich hab. Ich guck schon durch, was ich hab. Glaub ich dir eigentlich nicht. Ich guck im Chat, das ist alles jetzt auf den Einblick. Ja. Da guck ich's nicht so schnell hin. Ja, kann doch nicht lesen. Nein. Ja, bei Lutzer-Telefon haben sie auch gesagt, das ist hoffnungslos. Oh, ja. Alles bei Telefon wird's da, André. Heute, wie soll man denn anrufen, wenn man nicht lesen und schreiben kann? Ja, du kriegst einen Zettel extra für, äh, analfabeten. Da kannst du die Buchstaben miteinander vergleichen. Nein, dir doch. Ja, oder Chris hat mir da für dich vor. Zahlen kannst du doch lesen. Zahlen kannst du lesen doch als analfabeten, meine ich. Oder nicht? Ey, der ist... Ich brauche mir das nicht. Ja. Es gibt doch auch Menschen. Meine Kraft, was wächst. Tanzende Buchstaben. Ja, natürlich, die gibt's auch. Aber was suchst du denn den Fall an? Was musst du denn rauchen, damit das so ein Fall ist? Ey, gar nicht. Es gibt Menschen für diesen Zahlen tanzende Buchstaben? Ja, die sehen dann so, wenn die Zahlen drehen, fangen dann die in ihren Kopf an zu tanzen und werden die Buchstaben. Und singeln vor, ne? Die kommen nicht von dem Buch. Man kann nicht teilen. Durch die Pi-Zahl. 546.112 Mal. Ich mag mittlerweile keine Zahlen mehr. Die tanzen bei mir auch schon, immer wenn ich auf dem YouTube-Kanal guck. Oh, ne. Schon wieder so wenig. Das sind dann Waldorfzahlen. Das sind dann Waldorfzahlen. Weißt du? Die tanzen dann ihre Nummer. Ihren Wert. Wow. Die Zahlen, die wir tanzen, die haben zu viel Sesamstraße geguckt. Das geht noch nicht. Die haben zu viel Sesamstraße. Das stimmt. Heute sind die drei. Ich habe hier drei Äpfel. Oder wie bei Family Guy. Ne? Wo der Vampir beim Mech ist. Eine Brust. Ah, ha, 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 ha. Nein! Das weiß er wieder, ne? Ah, ha, 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 ha. Zurück in die Erde. Geil, Brüste. Ha, ha, ha. Moment. Ha, ha, ha. Moment. Ich brauche mehr Zeit. Naja, wir sind schon bescheuert, ich weiß. Ja. Bescheuert, bescheuert. Ich mein. Das geht noch nicht. Ein Vibrator. Ne, das ist noch mein Handy. Wow. Also der ganze Tisch hat vibriert. Noch nicht bereit. Der ganze Tisch hat vibriert. Das ist ein Leben, wa? Pizza, vibrierende Tische. Cool. Kühe. Kühe, ja. Dritter. Steak. Steak night. 1080. Oh, 67. Kaum. 79, ey, wir haben alles. Jetzt fehlt einer mit ne 66. Das geht noch nicht. Der hatte Dragasch. Ja, ja. Nein, der hat 1080. Dragaschi haben den Bodem ins Netz. Ja, hier ist die End. Morgens erstmal ne halbe Stunde zum Einwählen. Ja, aber damit er die, äh, äh... Das geilste war immer früher, wenn du dann eingeloggt bist, dann fehlgeschlagen. Was? Was? Es ist im Überhangschen eine halbe Stunde geworden. Dragasch. Ja, es gibt noch 2 Millionen AOL Kunden. Also irgendwo müssen die ja sein. Outet euch. Mach uns bewusst. Der Brot ist lecker. Das war ja arg. Ja. Wenn der gewusst hätte, dass das mal sein Markenzeichen wird, ne? Du voll. Geh wieder zurück. Geh ich doch. Und wieder voll? Weil ich habe neue Kraft geschafft. Ich bin auch schon wieder voll. Oh, am dritten jetzt kommt die Nintendo Switch. Nö. Kaufe ich mir aber trotzdem. Kaufe ich gerne Abfall. Kannst ja schon vorbestellen auf Abfall. Für 329€. Die brauche ich nicht vorgestellt, die wird nicht ausverkauft sein. Das gehe ich noch nicht. Jawohl, in dem Sinne, Zelda könnt ihr noch auf der Wii U spielen. Was? Mit Zelda da, was da rauskommt, kommt auch für die Wii U nochmal. Ja, und Sklautungen auch. Sklautungen teilen. Ja. Ja, weil nicht Sklautungen ist geil. Ja. Hab ich. Weil viele bunte Kleckse machen, viele bunte Kleckse machen. So, ich glaube, wir haben alles durch. Das müsste eigentlich das ideale Spiel für David sein. Ja. Sklautungen. War hier hin, das ist ja die Kresse. Ich brauche immer.